Sie sind hier, 25. Januar 2019, 17.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger hat als erste deutsche Rodel in den WM-Titel im Sprint-Wettbewerb gewonnen. Von Urheberrecht Getty Images zum Auftakt der Rodel-WM in Winterberg gehen im Sprint sechs von neun möglichen Medaillen an die Gastgeber. Der zuletzt kriselnde Felix Loch rast zu Silber. Nathalie Geisenberger führt einen Dreifach-Sieg an, die Doppelsitze holen Gold und Silber, und der einstige Dominator Felix Loch sendet mit dem zweiten Platz ein wichtiges Lebenszeichen. Zum Auftakt der Heim-WM in Winterberg hat der zweimalige Einzel-Olympiasieger den Sieg im Sprint-Wettbewerb der Männer um nur 24.000 Sekunden verpasst. Der 29-Jährige musste sich am Freitag dem Österreicher Jonas Müller geschlagen geben. Loch wartet seit mehr als einem Jahr auf einen Sieg, nach zuletzt schwachen Leistungen macht Silber im nicht-olympischen Sprint nun aber Hoffnung für das klassische WM-Rennen am Wochenende. Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig wurde Vierter hinter dem Russen-Semen Pavlichenko, Chris Eisler belegte den siebten Rang. Geisenberger sorgt für Premieren-Titel, die Frauen wurden ihrer Favoritenrolle dagegen absolut gerecht und stellen nun erstmals in der noch jungen Geschichte des Wettbewerbs die Sprint-Weltmeisterin. Olympiasiegerin Geisenberger setzte sich mit siebentausendstel Sekunden Vorsprung auf Julia Taubitz. Durch Dritte wurde Diana Eidberger. Tatjana Hüfner musste sich mit dem fünften Platz begnügen. Eckart Benecken hauchten vorne. Bei den Doppelsitzern hatten die Weltmeister Toni Eckart, Sascha Benecken ihren ersten Sprint-Titel gewonnen. Sie verwiesen die Olympiasieger Tobias Wendel. Tobias Eid mit nur zwölftausendstel Sekunden Vorsprung auf Rang 2. Das normale Rennen steht nochmal eine Stufe über dem Sprint, aber am Ende ist das hier trotzdem ein Weltmeistertitel, sagte Eggart über die Wertigkeit des Wettbewerbs. Wir haben im Rodeln nicht so viele, und deshalb will jeder gewinnen. Bronze holte das Doppel-Thomas Steu, Lorenz Koller aus Österreich. Die Lokal-Matadorin Robin Geüke, David Gamm belegten den siebten Platz. Der Sprint wird in Winterberg zum dritten Mal auf WM-Niveau ausgefahren. Die Entscheidung fällt dabei in nur einem Lauf. Die Zeitmessung beginnt mit fliegendem Start etwa 100 Meter nach der Startrampe. Am Wochenende stehen die klassischen Rennen der Doppelsitzer, Frauen, jeweils Samster, und Männer, Sonntag an. Abgeschlossen wird die WM am Sonntagnachmittag mit der Team-Staffel von Sport-Informationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017